Ja, hallo, herzlich willkommen, Söhn Geller, mein Name. Und heute geht es um TikTok, ja. Das ist sozusagen der New Kid on the Block. Super populäre Videosuchmaschine, ja. Nicht nur eine Suchmaschine, sondern das ist sozusagen das Videoportal, wo sich sozusagen die neue Generation aufhält, wo ein Video super schnell viral gehen kann. Sehr viel schneller als bei YouTube, ja. Aber ganz gleich, ob sie ganz neu starten bei TikTok oder ob sie schon etwas länger bei TikTok sind, ja. Dort entscheidet nicht, wie lange sie bei TikTok sind, sondern es hängt davon ab, ob ihr Video wirklich viralen Content hat, ja. Und ich kenne das Geheimnis dazu. Ich habe selber einige TikTok-Kanäle, ich habe die noch nie vorgestellt, ja. Ich habe die noch nie promotet, sondern ich bin ausschließlich bei TikTok. Und ich zeige Ihnen heute einen Weg, wie Sie bei TikTok starten, ohne selber ein Video aufzunehmen, ohne Ihre Stimme zu benutzen und ohne sich selber vor der Kamera zu zeigen und damit viral gehen, ja. Ich zeige Ihnen eben so einen Weg, wenn Sie kameraaffin sind, das heißt, wenn Sie selber vor der Kamera sein möchten und selber sprechen möchten und selber ein Video aufnehmen möchten für YouTube, äh, für TikTok, wie Sie es schaffen, innerhalb kurzer Zeit viral Ihren Kanal aufzubauen bei TikTok und damit sehr erfolgreich werden. Und das geht sehr viel schneller als bei YouTube. Und klicken Sie unterhalb den orangenen Button, dann erhalten Sie den Service von mir, Ihren TikTok-Kanal viral aufzubauen, ja. Das heißt sozusagen, Sie bekommen nicht nur Ihre Views, sondern Sie bekommen Kommentare und Likes dazu, ja. Und das für einen Zeitraum, den Sie selber bestimmen können und dann sozusagen Ihr Kind-Kanal viral wird bei TikTok. Denn you get on the block, ja, das ist sozusagen der Video, das Videoportal, welches sehr viel schneller als YouTube wächst, damals im Jahre 2005 und sehr viel mehr Leute anzieht, ja. Und klicken Sie daher unterhalb auf den Button und dann zeige ich Ihnen, wie Sie mit TikTok sehr schnell viral Ihren Kanal aufbauen. Jetzt unterhalb auf den orangenen Button klicken und dann kommen Sie zu einem PDF-Dokument, welches Ihnen genau beschreibt, welche Schritte zu gehen sind und dann werden Sie erfolgreich mit Ihrem Business online, ja, oder mit Ihrem Angebot bei TikTok. Unterhalb jetzt auf den orangenen Button klicken und dann erhalten Sie den Zugang zum PDF-Dokument.